Hallo, liebe Deutsch-Lernende. Heute habe ich einen weiteren Produktivitätstipp für euch. Und zwar habe ich diesen Tipp in einem Buch gelesen mit dem Titel Mastery von Leonard irgendwas, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall fand ich den sehr interessant den Tipp. Es ging darum, wie man Energie hat, um die Aufgaben zu erledigen, die man sich so vornimmt. Und sein Tipp oder einer seiner Tipps war, dass wir Energie bekommen, wenn wir Energie für etwas verwenden. Das ist ein ganz interessantes Phänomen und ein Phänomen, das ich auch bei mir selber mitgekriegt habe. Wenn ich in mein Bett liege und nichts mache und nicht aufstehen will, dann habe ich auch kaum Energie. Aber sobald ich aufstehe und sage, ja, jetzt geht's los, zack, zack, zack und einfach Dinge mache, dann merke ich, wie ich mehr und mehr Energie bekomme für die Dinge, die ich erleben mögen möchte. Und ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass ich gerade auf einer Schaukel bin. Das nennt man hier Schaukel. Und ich schaukle hin und her. Und allein schon das gibt mir Energie und Freude für all das, was ich mir heute noch vorgenommen habe. Und deswegen wollte ich diesen Tipp euch auch geben, ja. Also wenn ihr wenig Energie habt und ihr kommt nicht vorwärts und alles scheint nutzlos und alles scheint frustrierend, macht einfach irgendwas, ja. Und sei es, dass ihr einfach eure Wohnung sauber macht, ja. Macht eure Wohnung sauber, streicht eine Wand, geht nach draußen, macht einen Spaziergang, all das hilft enorm. Ich hoffe, das war nützlich für euch und wir sehen uns morgen. Tschüss!